Na Ishii? Bereit für die nächste Folge? Ja, ich auch. Dann gehen wir los. Schöner. Schöner. Redaktion! Wirken! Trälle ein paar Babynüä two advisers. In Papa's care. Hahahaha! Schöner, Freund. Daddy's get theses aus dem Schott. Right now, I'm torn between gettgetten off this rock and stomming your brains out. Keep yammering. That choice gets a lot easier to make. Ishii here is highly motivated towards survival. You go ahead, take a poke at me. We'll find out where his true loyalty lies. So gefährlich waren die jetzt, oder nicht? Naja, vielleicht sind die doch ein bisschen gefährlich. Was immer so gemacht ist, dass man maximal drei Leute dabei hat, damit man nicht zu viele KI-Kollegen dabei hat. Vielleicht kann das Spiel das nicht gut handeln. Ich will die gerne da oben in das O-Moment. Sander, es gibt doch Mittel und Wege für sowas. So was zum Beispiel. So was zum Beispiel. Wieso sind da immer noch welche am Start? Scheiße. Das war ein bisschen blöd. Okay, wir machen das anders. Lassen wir mal schauen. Kann ich hier irgendwie rum? Nee, aber hier gibt es nicht noch mal Munition. Dann kann ich auch nicht runterspringen, weil es ja keine Sprungtaste im Spiel gibt. Weil, wer braucht es schon sowas? Ah, der erwischt! Ja, geil! Oh man, das ist so cool! Ich will nur die Beine abschießen. Wobei, wir wollen das beim Vortrag zu kriegen. Und was geht? Ich schätze mal, du kannst das aufmachen. Ja! Wir wollen die Beine zu machen. Ja! Ich will den Ausbau! Ja! Ich will die Machen. Oh, das ist noch nicht grande Wahl. So wie viel. Ich spiele den Pfeil! Scheiße bitte. Oof! Ain't nothin' here. It's down the way. Found it. You want a trophy? Get in gear. We're about to march headlong into the ship. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt kommt es nämlich langsam raus, was hier wirklich für einen Scheiß abgelaufen ist So, und hier kriegen wir heute das Ding Sorry, der ist einfach zu gut, als dass ich ihn nicht mitnehme Deshalb kommt der auf links, oder? Der ist schon auf links Hold it, no sudden movement This rickety old piece of shit is about to Whoa Damn Hold on Damn it Das ist voll ungesund für die Haut und so Da kriegt man sogar als Mantellulitis You dickheads really picked the worst time to show up Ow Na, noch einer Wie noch? Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie unfair es eigentlich ist, dass Männer kein Zellulitis Von dem Zellulitis Ähm, voll gemein eigentlich Andererseits, dafür haben wir H-Auswahl Und unser Haus war sieht man sofort Ist auch blöd Kann man ihn schlecht verdecken Ja gut, genau genommen kann man ihn verdecken, indem man einen Hut trägt Deine Mütze Autsch Okay, ich geh mal hier lang Ha 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 Eins Zwei Drei Ja Komm Fletch die Zähne Komm 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 Suck Komm Suck Du Oh Hey, das ist ein Rudokuppen fest hier Ja, zack, du auch noch Blotbath. Schickpunkt. Dann haben sie es hier. Oh. Hallo. Dich kennen wir doch. Auch ganz ehrlich, wo man jetzt schon überall langgekommen ist in der kurzen Zeit. Ist schon alles wahr. Super. Super Schuhe da. Wenn die so flott sind. Wow. Wie die? Ups. Y'all ain't shit for covering corners. Anyway, there's a door down here that I reckon. Bolts! You two lollipops get your cans down here. Bad trouble on knocking. Ishii, there's a scaffolding on the other side. Come on. That dude's been a pain in my ass since I got here. Saving him just doesn't feel right. You could have killed him. You could have killed him. You had opportunities. Gotta get you out of here, kid. We're short on time. Those many years ago, after we discovered the truth about Serrano, we could have disappeared into the outer quads, hidden and been safe. I wasn't here for the run like cowards part, but that doesn't mean I don't want to shit down that guy's neck. I don't think you do. Your thirst to murder Serrano for his crimes was never about revenge. It was a righteous mission to avenge the many innocents he used us to kill. You led us on a quest for atonement, a chance to reclaim our souls. I always knew I would likely die for this pursuit. You give me too much credit. No matter what happens, no matter what I say as I lose possession of my mind, know this. You are my brother. I followed you of free will. And I do not hold you accountable. You remember Novak from the flashback? Well, that kid was Trishka. Captain Dickshit got her after all. I... I had no idea. Yeah, yeah, well we're gonna get to that jump ship but the moment we clear this hole we'll scalp that motherfucker. der ist die richtige Einstellung. Ich wollte auch nur noch kurz sagen, äh, wenn so ein Shooter dann auch nicht so lang ist, fände ich das gar nicht so schlimm. Genau genommen fände ich sogar ganz so cool. So, Resistance oder Killzone mäßig. Oh, ich wollte das blöde Ding da zerstören Ah, Moment Machen wir das mal mit dem aufgeladenen Schuss Haha, das hat dir gefallen Ich glaube, das war einander Ach, das war kein aufgeladener Schuss Hat aber trotzdem gereicht Für fast alle Nicht für alle Für dich Hätte ich noch mal eine extra Guge gehabt Du bist sicher, sweetie Du kannst aus deinem Schuss Biss-soaked-corner Always let underlings Take care of the shit-moppin' Du bist ein Inspiration für birth control Haha, komm, tunnel up ahead At least someone gets me On this planet Toxic goo everywhere Guess we know what twisted these inmates up Haha, you don't know shit all You're killing up confederate citizens, boy Tourists who missed the evac ships Came down here to hide From the rampaging prisoners topside Haha, oh, Jesus Might have been some kindly school teacher Mother of three, you just got it You should learn to better hide the elation in your voice Das hat total was von Serenity Mit dieser ganzen Geschichte Dass sie hier aus den normalen Bürgern Die quasi umgewandelt haben Oder die halt verwandelt wurden Ups, mein Handstückchen zu weit gegangen Ja, wenn man so guckt Hier, die Titanfall-Kampagne war ja auch super kurz Aber War halt auch super geil Oh, 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 oh Ballsy, come on up Oh shit Hey, they're not interested in us They are terrified Haha, Grey's dear mother must be nearby Handing out mouth jobs Look at that shit Burning through rock Mutates full of radioactive hemolymph Radioactive Was? Dafür nehmen wir mal lieber die hier Das ist ein bisschen komisch, dass man die ganze Zeit das Ding standardmäßig dabei hat Ob wir das nur gemacht haben wegen diesen zwei, drei kleinen Bullet-Time-Sequenzen Oder diesen, also Quick-Time Ist ja ein paar Quick-Time-Momente drin, wo man dann mit dem Ding schießt Dann muss man es natürlich immer zur Hand haben Aber darf man dann das ganze Spiel lang das Ding haben? Ganz schön krass Das ist ein bisschen krass Das war das Intentional Wir versuchen zu zerstören die Lift Diese kleinen Ballsacks sind uns zuhörst Don't let sie näher die Kurs Sie werden die fucking Turbine Du nimmst das Schuss? Du schaust sogar? Wir können nicht die Städte schützen! Du hast gebrochen! Die Höhle sind halb rottet! Fokuss auf dein Feuer, du dicker Kack! Er kappt ihn ja so rum, ich habe sie stehen doch alle ganz gut ... Keine Ahnung wie man das mit dem Gamepad gemacht hat Aber wird schon noch beginnen! Aber wird schon noch beginnen! Das Schamber ist gebeten! Entschuldigung! Los geht's! Weeeee! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Ui! Schau sie! Schau sie! Schau sie! Schau sie! Schau sie! Schau sie! Wir müssen nach unten gehen! Die Kransteel-Line wird uns halten! Wir müssen nach unten gehen! Mal mach! Wappen! Schau sie! Wappen! Hey du schweißer Musiker! Wir kommen in und schütteln sie bald, oder... Jeder ist tot. Ja, wir haben es. Ja, ich denke, meine Crew ist bereits tot. Tot auf einer Art von Grayson-Hunt. Du kannst jetzt Mass-Murder auf deine Rapschiecke, Hunt. Kein snappige Repartee? Kein smartass Backtalk? Ja, wo man schon sagt, da nix. Ulysses hat über 700 Souls an Board. Hier, sie lie. Gib sie eine Reste, Serrano. Es sind Menschen, die du hast, Gray. Sie hatten Familien. Menschen, sie sind auf sie. Wie viel Schmerz, du denkst, dass du einfach über den Universum sprachst? Ich würde sagen, dass wir beide unsere fair share haben. Wir reden nicht über mich. Wir reden nicht über die Pfeil der Menschen, die ich habe. Enough! Ein bisschen essen? Mh, ein bisschen mangelt und trinkt. Burnouts sind hier. Ich könnte was benutzen, um zu schießen. Aha. Die Killing ist alles gut. Hier geht's! Ach, hier hinten hätte ich sie auch reinhauen können. Na klar, ist doch ein Tunnel, ein Schlauch-Ego-Shooter. Ja. Hopp da! Gut, dass überall diese Stahlträger stehen. Dass man da schön die Kippen reinhauen kann. Burnouts. Stahlstangen müssen wir schon mit fassen, ne? Stahlträger sind ja eher die Dinger hier. Stahlstangen. 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 Ich hab Lust, die Dich Nücum 3D Version noch mal zu spielen. Ich hab eine, die ich mir letztens auf der PS4 gekauft habe. Hier diese 20th Anniversary Edition. Hier keinen so wahnsinnig guten Ruf hat. Dieses Gebäude ist unter terrible Durese. Von der Weight des Ulysses. Also sollten wir unseren Zeit nehmen? Vielleicht einen Schlauch? Du bist in der Lied. Du setzt den Rennstieg, Ischi! Aber ich glaube, ein bisschen zu Unrecht. Ich glaube, die Version ist besser als viele meinen würden. Sondern es schon ein bisschen ausprobieren. War ich sehr überrascht, dass die viele, viele auch gute Elemente drin hat. Aber wie auch immer. Jetzt ist erstmal Pausezeit und in der nächsten Folge geht's weiter. Bis dann, ciao! Ciao!